Anfang der 1970er Jahre machten die ÖBB in importierten Elektro-Loks erste Erfahrungen mit der Thyristor-Technik. Die positiven Ergebnisse bewegten die ÖBB, eine eigene Neukonstruktion anzustoßen. So entstanden bei SGP, BBC, Elin und Siemens ab 1976 die universell einsetzbaren Lokomotiven der Reihe 1044. Nach Beseitigung verschiedener Kinderkrankheiten entwickelten sich die 5.280 kW starken und maximal 160 Stundenkilometer schnellen Elektro-Loks zum Rückgrat und Gesicht der ÖBB. Die insgesamt 217 gefertigten Maschinen der Reihe 1044 konnten im gesamten elektrifizierten Netz der ÖBB angetroffen werden. Regelmäßig kamen diese mit Reise- und Güterzügen auch nach Deutschland, zeitweise sogar bis nach Hamburg. Mit Indienststellung der Taurus-Lokomotiven 1016, 1116 und 1216 wurden die 1044 aus den Paradeleistungen verdrängt und kommen inzwischen überwiegend vor Güter- und Regionalzügen zum Einsatz. Das gewählte Vorbild erfüllt den Wunsch nach exakt umgesetzten Vertretern der Reihe 1044 mit höheren Ordnungsnummern. Im Laufe der Zeit ist die Reihe 1044 mehrmals modernisiert und modifiziert worden. Pico hat diese Unterschiede akribisch recherchiert, dokumentiert und bei der Umsetzung berücksichtigt. Ein Highlight sind die feinst detaillierten Drehgestelle. Die Lüfter der Elektro-Lokomotiven wirken durch ihre feine Gravur äußerst plastisch und erzeugen eine hohe Tiefenwirkung. Zur exakten Nachbildung der Pufferbohle liegen Zurüssteile bei. Die sich beim Original oftmals ändernde Position der Lüfter ist ebenfalls vorbildgetreu umgesetzt. Ebenso stimmig umgesetzt sind die Batteriekästen, die Sandkästen und die Puffer. Das Dach der Reihe 1044 von Pico ist in gewohntem Umfang ausgestattet. Hierzu gehören neben filigranen Einholm-Stromabnehmern aus Metall diverse Isolatoren und Dachleitungen. Die ausgereifte Technik sorgt für eine hohe Betriebssicherheit und garantiert maximalen Fahrspaß. Technisch kann die Lok auf einen kräftigen Motor zurückgreifen, der auch Modellalpen gewachsen ist. Zwei Schwungmassen sorgen für seidenweiche Laufeigenschaften. Wie bei allen Pico-Expert-Neukonstruktionen ist der Maschinenraum bei der Pico-Expert-Lokomotive detailliert nachgebildet worden. Diese Innenanrichtung kommt durch die stimmungsvolle Beleuchtung hinter den runden Seitenfenstern und den gesickten Seitenwänden der Reihe 1044 noch besser zur Geltung. Führerstand und Führerpultbeleuchtung runden das Auftreten der Lok ab. Mittlerweile als obligatorisch betrachtet werden kann der sich mit der Fahrtrichtung auch analog anpassende, weiß-rote Lichtwechsel in langlebiger LED-Technik. Eine Plax 22-Steckschnittstelle sorgt für eine kinderleichte Digitalisierung. Die Nachrüstung von Sound ist selbstverständlich vorbereitet. Die Wechselstromversion ist bereits werkseitig mit einem Eintritt. MFX-fähigen Becoder ausgestattet. Alle Geräusche wurden von den Pico-Sound-Spezialisten aufwendig gesämpelt. Hierzu gehören selbstverständlich auch die Lüfter. Im Betrieb waren diese äußerst geräuschstark, was der Maschine den Spitznamen Alpenstaubsauger einbrachte. Die Reihe 1044 von Pico bereichert die Vielfalt österreichischer Modelle von Pico durch ihre detailverliebte Ausführung. Die ehemals stärkste elektrische Lokomotive der Welt kommt auch als Modell bestens zur Geltung. Spätere Modifikationen der Lokomotive als Reihe 1144 werden als Formorienten folgen.